Ja, hallo und herzlich willkommen zur WWE 2K17, meine Karriere und tatsächlich tritt Chris Jerko gegen Brock Lesnar an. Interessant. Gut, dann haben wir das Rivalenevent. Chris Jerko gegen Brock Lesnar. Ja, gucken wir uns natürlich an, einerseits unseren Gegner, unseren Rivalen anzugucken, andererseits auch den Champion, weil wir könnten jetzt heute eincashen. Natürlich, ihr wisst, was natürlich tatsächlich passieren wird, klar. Aber natürlich wollen wir diese Theorie weiter spinnen lassen. Brock Lesnar. Wir sind automatisch sind, und zwei Mal durchkommend. Oh, Moment, was das? Was ist er, was er hat hier? Also, es ist kein... Er hat alles vorhin kommen aus hier. Well, es ist... Er hat das hier gesagt, ich habe hier in Ringside. Ich hätte wirklich, King. Er hat keine Wege, in einem Unternehmen. Gut, es ist keine Ahnung, er hat nichts zu tun. Wir sind hier, ist nur ein Problem. Oh, ja, ja, ich bin sicher er hier nur für ein Fan, immer. Poli ihr wisst es ist Prozent Prozent so denn mit mir sind nicht gewohnt Ossett wahrscheinlich nichts leider nicht gut Lerner sie Christel kommen Darüber habe ich gar nicht gerechnet. Und nun ein Mensch gegen Cesaro. Oh. Cesaro. Oh. Oh. Cesaro. Oh. Cesaro. Oh. Und ich glaube, ich soll mal aufführen. Oh. Sonst nervt es euch. Oh. Vielleicht interessiert es mich auch nicht. Oh. Oh Quatsch. Lass mir mal. Ich bin Mr. Money in the Bank. Ja, also. Lass mir mal den Quatsch. So. Oh. Cesaro. Bepoint. Wow. wow was für eine schöne Matchtechnik direkt am Anfang wunderbar so und Wippen und eine Punch-Serie wie das einfach immer aussieht und Cannonball so Clothesline Na gut Clothesline from Hell äh ja natürlich ok so zack na gut das hat nicht ganz funktioniert so zack jawoll was für ein Punch und suplex CD suplex so und nochmal Springboard 450 und Phoenix Flash jawoll das funktioniert immer so und Powerbomb und nochmal ein 450 Stunner Stunner und Stiles Clash Stiles mit hinter den nicht mal Cesar ok ok da ist einer ganz traurig oh 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 so DINITY ok als ob du so eine Reichweite hast zack so so Piledriver wow und da blutet direkt Cesarro so so Leck drop perfekt gesessen gesessen und und nein okay und Cesarro will die Chance nicht nutzen mich zu attackieren das war ein Block Basta so zu Plex jawohl aber einmal ein auf ein auf älter Salz gemacht und damit das war um und den Falken Aero Bodyslam wunderbarer Ansatz Stunner One Two Und direkter Kick Out So und direkter Styles Clash So Das war's doch One Two Three Besiegt Besiegt Cesar Rahme besiegt Wunderbar Das lief doch Sehr schön So Oh Wir haben was von Triple H noch Achieved Oh mein Gott Kann man mal machen So Damit haben wir RAW abgeschlossen Gehen wir nun zu SmackDown Mhm The Miss Oh wir haben 5 rivalen Punkte Gegen Jericho Wo Warum auch immer Okay in einer Rivalität kann man nicht den Champion angreifen Also nicht Gegen den Champion eincashen W W So, Rollins gegen Baron Blayton, das seht mich nicht. Wir haben das Mage gegen The Miz, The Hollywood Superstar. Miz. Ja, der Heal gegen den Face. Gut. Oh, der Miss. Ist er ready? Ja, ist er. Sehr, sehr selbstbewusst geht er rein. Und er kriegt direkt schon mal gezeigt, warum ich Mr. Money nicht bin. Und nicht er. Auch wenn er in diesem Match drin war. Und ja. So. Okay. Suplex. Und die Hand. Oh, Mäne. So. Oh. Ja. Hä? rausgegangen. Na gut. Und Oh. Da ist mir sowas beherrscht. Das ist mir komplett neu. So. Okay. Wunderbare Aktion. So. Warten auf Miss. Jawohl. Die MOV-Vielfalt ist auf jeden Fall da. So. Jawohl. Jawohl. Boom Oh Ich weiss mich misst da rein Naja Zack Dropkick Und Stunner Und direkt hinterher der Stiles Clash Stiles Clash War es hat schon 1 2 3 Das war es tatsächlich Überrascht mich ein bisschen Aber ich kann damit leben So Genau Haben wir das Match gewonnen Wir haben außer Level 2 erreicht Nicht erreicht Oder doch erreicht Aber Durch das Ziel verfehlt Das juckt mich nicht Ja Lesnar besiegt Cena Welch eine Überraschung Die Ironie des Schicksals So Das sind mal 8 Rivalenpunkte Woher die auch immer herkommen So Damit sind wir auch im Kettenrestling Gut Und wir haben die Gesamtzahl 99 Okay Kann man Mal Holen Oder erreichen Wie man es auch sagen will Weiß nicht Wie viele Punkte brauche ich dafür Gut Dafür brauche ich schon mal eine ganze Menge Dafür brauche ich auch eine gute Menge Davon auch Dafür brauche ich nicht so viel So Okay Also ich könnte vieles Relativ schnell schaffen Okay Gut Dann würde ich mal sagen Wir hören uns in der nächsten Folge Bis dann Haut rein Und Ciao